Bhagavad Gita, Vers 4.10 Befreit von Anhaftung, Angst und Zorn und völlig in mich vertieft, wurden in der Vergangenheit viele Menschen, die bei mir Zuflucht suchen, durch Wissen über mich gereinigt und erlangten so transzendentale Liebe zu mir. Erklärung Wie bereits oben erklärt wurde, ist es für einen Menschen, der zu sehr von der Materie beeinflusst wird, sehr schwierig, das persönliche Wesen der höchsten absoluten Wahrheit zu verstehen. Im Allgemeinen sind Menschen, die an der körperlichen Auffassung des Lebens haften, so sehr in den Materialismus versunken, dass es für sie unmöglich ist zu verstehen, dass es einen transzentralen Körper gibt, der unvergänglich, voller Wissen und ewiglich voller Glückseligkeit ist. Im materiellen Leben ist der Körper vergänglich, voller Unwissenheit und voller Leid. Deshalb behalten die meisten Menschen diese Vorstellung vom Körper auch dann bei, wenn sie über die persönliche Gestalt des Herrn hören. Für solche materialistischen Menschen ist die Form der gigantischen Manifestation das Höchste. Folglich halten sie den Höchsten für unpersönlich. Und weil sie zu sehr in die Materie versunken sind, erschreckt sie die Vorstellung, auch nach der Befreiung von der Materie, ihre Persönlichkeit zu behalten. Wenn sie darüber informiert werden, dass spirituelles Leben ebenfalls individuell und persönlich ist, bekommen sie Angst, erneut Personen zu werden und so ziehen sie es vor, mit der unpersönlichen Leere zu verschmelzen. Gewöhnlich vergleichen sie die Lebewesen mit Luftblasen, die sich im Ozean auflösen. Dies ist die höchste Vollkommenheit spiritueller Essenz, die ohne individuelle Persönlichkeit erreicht werden kann. Es ist jedoch ein angstvoller Lebenszustand, in dem es an vollkommenem Wissen über spirituelle Existenz mangelt. Darüber hinaus gibt es viele Menschen, die spirituelles Dasein überhaupt nicht verstehen können, weil sie von den vielen Theorien und Widersprüchen verschiedener philosophischer Spekulationen enttäuscht worden sind, fühlen sie sich abgestoßen oder werden ärgerlich und kommen in ihrer Verblendung zu der falschen Schlussfolgerung, dass es keine höchste Ursache gibt und dass letztlich alles leer ist. Solche Menschen befinden sich in einem krankhaften Zustand des Lebens. Einige haften zu sehr an der Materie und schenken daher dem spirituellen Leben keine Aufmerksamkeit. Andere wollen mit der höchsten spirituellen Ursache verschmelzen und wieder andere zweifeln an allem, weil sie aus Hoffnungslosigkeit über jede spirituelle Spekulation ärgerlich sind. Letztere nehmen bei allen möglichen Rauschmitteln Zuflucht und ihre Halluzinationen werden manchmal für spirituelle Visionen gehalten. Man muss sich von diesen drei Stufen der Anhaftung an die materielle Welt lösen, von Gleichgültigkeit gegenüber spirituellem Leben, von Angst vor einer spirituellen persönlichen Identität und von der Vorstellung der Leere, die aus Frustration entsteht. Um von diesen drei Auffassungen des materiellen Lebens befreit zu werden, muss man unter der Führung eines echten geistigen Meisters, beim Herrn, ganz und gar Zuflucht suchen und den regulierenden Prinzipien des hingebungsvollen Dienens folgen. Die letzte Stufe des hingebungsvollen Lebens wird Prima, transzentale Liebe zu Gott, genannt. Im Bhakti Ras Amrita Sindhu wird die Wissenschaft vom hingebungsvollen Dienen wie folgt erklärt. Am Anfang muss ein gewisses Verlangen nach Selbstverwirklichung vorhanden sein. Dies wird einen Menschen auf die Stufe führen, auf der er versucht, mit spirituell fortgeschrittenen Menschen zusammen zu sein. Auf der nächsten Stufe wird er von einem echten geistigen Meister eingeweiht und beginnt unter dessen Anweisungen den Vorgang des hingebungsvollen Dienens. Durch die Ausübung des hingebungsvollen Dienens unter der Führung eines geistigen Meisters wird man von aller materiellen Anhaftung frei, erreicht Beständigkeit in der Selbstverwirklichung und entwickelt die Neigung über den absoluten persönlichen Gott, Shri Krishna zu hören. Diese Neigung führt einen Gottgeweihten weiter vorwärts, sodass er am Krishna-Bewusstsein haftet, dass im gereiften Zustand, Baba, die vorbereitende Stufe der transzentalen Liebe zu Gott genannt wird. Wirkliche Liebe zu Gott wird Prema genannt, die am höchsten vervollkommnete Stufe des Lebens. Auf der Ebene der Prema ist der reine Gottgeweihte ständig im transzentalen, liebevollen Dienst des Herrn beschäftigt. Durch den allmählichen Vorgang des hingebungsvollen Dienens also kann man unter der Führung eines echten geistigen Meisters die höchste Stufe erreichen und somit frei werden von aller materieller Anhaftung, von der Angst vor seiner individuellen spirituellen Persönlichkeit und von den Frustrationen, die aus leerer Philosophien stehen. Dann kann man letztlich in das Reich des höchsten Herrn eingehen.